Hallo Freunde von Nice, hier ist die Walli, ich grüße euch aus der Boutique Olala Moden, Bergklapper, Straße 576 in Köln und Weide. Ja, heute präsentiere ich euch stark reduziert, enorme Preise, absolute Preise, ihr müsst hier einfach mal reinkommen, ich zeig's euch mal, absolut Hammerpreise. Super Qualität, auch Italien, super schlau, Fiskose und Seide, haben wir hier auch ein sehr schönes Topf, Obermaterialseide, das ist reduziert von 39 auf 19,50 Euro, oberhalb, ich hab schon eine Spitze, Blumenspitze gearbeitet, das lockert das Ganze noch ein bisschen auch, das sieht echt top aus, das ist eine Einheitsgröße, gibt es einmal in Seide, sowie auch in Fiskose, also 39,19,90 ist das reduziert, absolut Hammer, dieses Topf ist auch unterlegt, weil es ist nicht durchsichtig. Ja, dann haben wir auch nochmal einen Leitentop, die ist auch reduziert, von 29 auf 19,90, mal ein bisschen schlichter gehalten, fällt auch sehr schön, ist auch eine Einheitsgröße, wie die anderen Sachen bei mir auch, dann habe ich hier noch einen Supertop, sieht auch super schön aus, mit viel Spitze, ist auch reduziert von 29 auf 19,90, hier vorne ein Lederbändchen, mit Federn, also es gibt sogar eigentlich nur ein bisschen kleinen Kick, also sieht richtig super schön aus, man kann es auch mal als Überwurf, indem man T-Shirt trägt, kurzer und langer T-Shirt trägt, das ist dann mal super warm, hier haben wir auch nochmal eins, das ist reduziert von 15 auf 9,90, ist auch ein Fiskose Topf, mal ganz schlicht gehalten, sportlich, bei so allen Variationen, hier habe ich auch noch ein schönes Topf, mit Schmetterling vorne drauf, schlagig gearbeitet, ist auch reduziert von 29 auf 19,90, also wie ihr seht, also wie ihr seht, super Sachen, haben wir hier, auch hier nochmal ein Seidentopf, richtig super schön bearbeitet, vorne auch mit der Blumenschranke, dieses, klar, dieser Topf ist auch reduziert von 29 auf 19,90, also die Topf sind überwiegend auf 19,90, aber reduziert, also das sage ich nochmal, hier habe ich auch ein weites Topf, in der Wichsheitsgröße, muss ja auch mal sein, das ist auch reduziert, von 19 Euro auf 9,90, also 9,90, ich habe hier das super big size Topf, hier habe ich schon meine Farbe schwarzen rein, ihr habt auch nochmal ein schlichtes Topf, in der Farbe schwarz, ist auch wieder reduziert, auf 9,90, oder auch dieses Topf hier, ist reduziert von 39 auf 19,90, ist auch hier vorne mit Qualetten gearbeitet, war es gut auch zu weißen und zu schwarzen Hose, wird zu weißen und zu schwarzen Röcke, für den Topf haben wir auch noch passend, die Jams, die Jams, die sind jetzt auch alle reduziert, auf 19,90 Euro, die super sehen hier aus, die gibt es auch nochmal, in der Farbe weiß, so, jetzt kommt die auch nochmal da, von 39 auf 19,90, vorne nochmal die Teigengummi und hier an der Seite auch wieder mit dem durchbrochenen Halt, dann haben wir noch eins, das wird über Kreuz getragen, sieht auch super schick aus, das ist jetzt auch reduziert von 39 auf 19,90 Euro, also wie ihr seht, die Auswahl ist da, ich habe jetzt auch noch rausgefiegt, schaut einfach mal vorbei, ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal, ciao yi! 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Vielen Dank.